Sechstes Kapitel. Sollen Revolutionäre in den reaktionären Gewerkschaften arbeiten? Die deutschen Linken betrachten es für sich als entschieden, dass diese Frage unbedingt verneinend zu beantworten ist. Ihrer Meinung nach genügen Deklamationen und zornige Ausrufe gegen die reaktionären und konterrevolutionären Gewerkschaften. Besonders solid und besonders dumm macht das K. Horner, um zu beweisen, dass Revolutionäre, dass Kommunisten in den gelben, sozialchauvinistischen, paktiererischen, legienschen, konterrevolutionären Gewerkschaften nicht zu arbeiten brauchen, ja sogar nicht zu arbeiten dürfen. Wie sehr diese deutschen Linken aber auch überzeugt sein mögen, dass diese Taktik revolutionär sei, in Wirklichkeit ist sie grundfalsch und enthält nichts als hohle Phrasen. Um das klar zu machen, will ich mit der von uns gemachten Erfahrung beginnen. Entsprechend dem allgemeinen Plan der vorliegenden Schrift, die den Zweck hat, auf Westeuropa das anzuwenden, was in der Geschichte und der heutigen Taktik des Bolschewismus allgemein anwendbar, von allgemeiner Bedeutung und allgemeiner Gültigkeit ist. Das Verhältnis zwischen Führer, Partei, Klasse und Masse und damit zugleich das Verhältnis der Diktatur des Proletariats und seiner Partei zu den Gewerkschaften hat bei uns jetzt konkret folgende Form angenommen. Die Diktatur wird durch das in den Sowjets organisierte Proletariat verwirklicht, dessen Führer die Kommunistische Partei der Bolschewiki ist, die nach den Angaben des letzten Parteitags, April 1920, 611.000 Mitglieder zählt. Die Zahl der Mitglieder schwankte sowohl vor als auch nach der Oktoberrevolution sehr stark und war früher, sogar in den Jahren 1918 und 1919, viel geringer. Wir fürchten eine übermäßige Ausdehnung der Partei, denn in einer Regierungspartei versuchen sich unvermeidlich Karrieristen und Gauner einzuschleichen, die nur verdienen, erschossen zu werden. Das letzte Mal haben wir nur für Arbeiter und Bauern die Tore der Partei weit geöffnet, als im Winter 1919 Judenitsch wenige Verst vor Petrograd und Denikin in Oriol etwa 350 Verst von Moskau stand. Das heißt, als der Sowjetrepublik höchste tödliche Gefahr drohte und als Abenteurer, Karrieristen, Gauner und überhaupt unsichere Elemente keineswegs auf eine gute Karriere, eher auf Galgen und Folter rechnen konnten, wenn sie sich den Kommunisten anschlossen. Die Partei, die alljährlich ihre Parteitage abhält, bei dem letzten entfiel auf 1000 Mitglieder ein Delegierter, wird vom Zentralkomitee geleitet, das aus 19 Personen besteht und auf dem Parteitag gewählt wird. Die laufende Arbeit in Moskau wird von noch engeren Kollegien geleistet, dem sogenannten Orgbüro, Organisationsbüro und dem sogenannten Politbüro, Politischenbüro, die aus jeweils fünf Mitgliedern des Zentralkomitees bestehen und in Plenarsitzungen des Zentralkomitees gewählt werden. Hier haben wir also eine regelrechte Oligarchie. Keine einzige wichtige politische oder organisatorische Frage wird in unserer Republik von irgendeiner staatlichen Institution ohne Direktiven des Zentralkomitees unserer Partei entschieden. Die Partei stützt sich bei ihrer Arbeit unmittelbar auf die Gewerkschaften, die nach den Angaben des letzten Kongresses, April 1920, gegenwärtig über vier Millionen Mitglieder zählen und der Form nach parteilos sind. Faktisch bestehen alle leitenden Körperschaften der weitaus meisten Verbände und in erster Linie natürlich der Zentrale oder des Büros aller Gewerkschaften ganz Russlands, WCSPS, Gesamtrussischer Zentralrat der Gewerkschaften, aus Kommunisten und führen alle Direktiven der Partei durch. Im Großen und Ganzen haben wir also einen der Form nach nicht kommunistischen, elastischen und verhältnismäßig umfassenden, überaus mächtigen proletarischen Apparat, durch den die Partei mit der Klasse und der Masse eng verbunden ist und durch den unter Führung der Partei die Diktatur der Klasse verwirklicht wird. Ohne die engste Verbindung mit den Gewerkschaften, ohne ihre tatkräftige Unterstützung, ohne ihre selbstlose Arbeit beim Aufbau nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Armee, hätten wir das Land selbstverständlich keine zweieinhalb Monate, geschweige denn zweieinhalb Jahre regieren und die Diktatur ausüben können. Diese überaus enge Verbindung bedeutet natürlich in der Praxis eine sehr komplizierte und mannigfaltige Arbeit der Propaganda, der Agitation, der rechtzeitigen und häufigen Beratungen nicht nur mit den Leitenden, sondern überhaupt mit den einflussreichen Gewerkschaftlern und einen entschiedenen Kampf gegen die Menscheviki, die bis jetzt über eine gewisse, wenn auch ganz geringe Zahl von Anhängern verfügen, die sie zu allen möglichen konterrevolutionären Machenschaften anleiten. Von der ideologischen Verteidigung der bürgerlichen Demokratie, dem Predigen der Unabhängigkeit der Gewerkschaften, Unabhängigkeit von der proletarischen Staatsmacht, bis zur Sabotage der proletarischen Disziplin und so weiter und so fort. Die Verbindung mit den Massen vermittels der Gewerkschaften halten wir für ungenügend. Die Praxis hat bei uns im Laufe der Revolution eine solche Institution hervorgebracht, wie die Konferenzen parteiloser Arbeiter und Bauern, die wir auf jede Art und Weise zu unterstützen, zu entwickeln und zu erweitern bemüht sind, um die Stimmung der Massen zu verfolgen, um an die Massen näher heranzukommen und ihren Anforderungen zu entsprechen, um aus ihrer Mitte die besten Kräfte auf Staatsposten aufrücken zu lassen und so weiter. In einem der letzten Dekrete über die Umwandlung des Volkskommissariats für staatliche Kontrolle in die Arbeiter- und Bauerninspektion wird diesen Konferenzen von Parteilosen das Recht eingeräumt, Mitglieder der staatlichen Kontrolle für Revisionen verschiedener Art zu wählen und so weiter. Ferner erfolgt selbstverständlich die ganze Arbeit der Partei vermittels der Sowjets, die die werktätigen Massen ohne Unterschied des Berufs vereinigen. Die Kreistagungen der Sowjets sind eine solche demokratische Einrichtung, wie sie die besten demokratischen Republiken der bürgerlichen Welt noch nicht gekannt haben. Durch diese Tagungen, welche die Partei so aufmerksam wie nur möglich zu verfolgen bemüht ist, wie auch durch die ständige Abkommandierung klassenbewusster Arbeiter auf verschiedene Posten im Dorf, wird die führende Rolle des Proletariats gegenüber der Bauernschaft verwirklicht, wird die Diktatur des städtischen Proletariats verwirklicht, wird der systematische Kampf gegen die reiche, bourgeoise, ausbeutende und spekulierende Bauernschaft geführt und so weiter. So sieht der allgemeine Mechanismus der proletarischen Staatsmacht aus, wenn man ihn von oben, das heißt vom Standpunkt der praktischen Verwirklichung der Diktatur betrachtet. Der Leser wird hoffentlich verstehen, warum dem russischen Bolschewik, der mit diesem Mechanismus vertraut ist und der beobachtet hat, wie sich dieser Mechanismus im Laufe von 25 Jahren aus kleinen, illegalen und unterirdischen Zirkeln entwickelte, das ganze Gerede, ob von oben oder von unten, ob Diktatur der Führer oder Diktatur der Massen und so weiter, als lächerlicher, kindischer Unsinn erscheinen muss, als eine Art Streit darüber, ob dem Menschen der linke Fuß oder die rechte Hand nützlicher ist. Als ein ebenso lächerlicher, kindischer Unsinn muss uns auch das Wichtigtuerische, überaus gelehrte und furchtbar revolutionäre Gerede der deutschen Linken über das Thema erscheinen, dass die Kommunisten in den reaktionären Gewerkschaften nicht arbeiten können und nicht arbeiten dürfen, dass es statthaft sei, diese Arbeit abzulehnen, dass man aus den Gewerkschaften austreten und unbedingt eine nagelneue, blitzsaubere, von sehr netten und meistens wohl sehr jungen Kommunisten ausgeheckte Arbeiterunion schaffen müsse und so weiter und so fort. Der Kapitalismus hinterlässt dem Sozialismus unvermeidlich einerseits die alten, in Jahrhunderten herausgebildeten beruflichen und gewerblichen Unterschiede zwischen den Arbeitern und andererseits die Gewerkschaften. Diese können und werden sich nur sehr langsam im Laufe vieler Jahre zu breiteren, weniger zünftlerischen Produktionsverbänden, die ganze Produktionszweige und nicht nur einzelne Branchen, Gewerbe und Berufe umfassen, entwickeln und erst dann dazu übergehen, vermittels dieser Produktionsverbände die Arbeitsteilung unter den Menschen aufzuheben und allseitig entwickelte und allseitig geschulte Menschen, die alles machen können, zu erziehen, zu unterweisen und heranzubilden. Dahin steuert der Kommunismus. Dahin muss und wird er gelangen, aber erst nach einer langen Reihe von Jahren. Der Versuch, heute dieses künftige Ergebnis des vollkommen entwickelten, vollkommen gefestigten und herausgebildeten, vollkommen entfalteten und reifen Kommunismus praktisch vorwegzunehmen, wäre gleichbedeutend damit, einem vierjährigen Kind höhere Mathematik beibringen zu wollen. Wir können und müssen beginnen, den Sozialismus aufzubauen, und zwar nicht aus einem fantastischen und nicht aus einem von uns speziell geschaffenen Menschenmaterial, sondern aus dem Material, das uns der Kapitalismus als Erbteil hinterlassen hat. Das ist natürlich sehr schwer, wer will das leugnen, aber jedes andere Herangehen an diese Aufgabe ist so wenig ernst, dass es gar nicht lohnt, davon zu reden. Zu Beginn der Entwicklung des Kapitalismus bedeuteten die Gewerkschaften als Übergang von der Zersplitterung und Hilflosigkeit der Arbeiter zu den Anfängen einer Klassenvereinigung einen riesigen Fortschritt der Arbeiterklasse. Als die höchste Form der Klassenvereinigung der Proletarier, die revolutionäre Partei des Proletariats, die ihren Namen nicht verdient, solange sie es nicht gelernt hat, die Führer mit der Klasse und mit den Massen zu einem Ganzen, zu etwas Untrennbarem zu verbinden, sich herauszubilden anfing, da begannen die Gewerkschaften unvermeidlich gewisse reaktionäre Züge zu offenbaren, eine gewisse zünftlerische Beschränktheit, eine gewisse Neigung zur politischen Indifferenz, eine gewisse Stagnation und so weiter. Aber anders als vermittels der Gewerkschaften, anders als durch ihr Zusammenwirken mit der Partei der Arbeiterklasse, ging die Entwicklung des Proletariats nirgendwo in der Welt vor sich und konnte sie auch nicht vor sich gehen. Die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat bedeutet für das Proletariat als Klasse einen riesigen Schritt vorwärts. Und die Partei muss noch mehr und auf neue, nicht nur auf alte Art die Gewerkschaften erziehen und leiten, darf aber gleichzeitig nicht vergessen, dass sie eine unentbehrliche Schule des Kommunismus sind und noch lange bleiben werden, eine Vorbereitungsschule für die Proletarier zur Verwirklichung ihrer Diktatur, eine unentbehrliche Vereinigung der Arbeiter für den allmählichen Übergang, der Verwaltung, der gesamten Wirtschaft des Landes in die Hände der Arbeiterklasse, aber nicht einzelner Berufszweige und so dann aller Werktätigen. Im erwähnten Sinne sind gewisse reaktionäre Züge der Gewerkschaften unter der Diktatur des Proletariats unvermeidlich. Wer das nicht begreift, versteht absolut nichts von den grundlegenden Bedingungen des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. Fürchtet man diese reaktionären Züge? Versucht man sie zu ignorieren, sie zu überspringen? So ist das die größte Dummheit, denn das bedeutet, vor der Rolle der proletarischen Avantgarde zurückzuschrecken, die darin besteht, dass sie die rückständigsten Schichten und Massen der Arbeiterklasse und der Bauernschaft schult, aufklärt, erzieht und dem neuen Leben zuführt. Andererseits wäre es ein noch größerer Fehler, die Verwirklichung der Diktatur des Proletariats so lange aufzuschieben, bis es keinen einzigen Arbeiter mehr gibt, der beruflich beschränkt ist, der zünftlerische und tradeunionistische Vorurteile hat. Die Kunst des Politikers und das richtige Verständnis des Kommunisten für seine Aufgaben besteht eben darin, die Bedingungen und den Zeitpunkt richtig einzuschätzen, wo die Avantgarde des Proletariats die Macht mit Erfolg ergreifen kann, damit sie während und nach der Machtergreifung auf eine ausreichende Unterstützung genügend breiter Schichten der Arbeiterklasse und der nicht-proletarischen werktätigen Massen rechnen kann, wo sie noch nach der Machtergreifung ihre Herrschaft dadurch behaupten, festigen und erweitern kann, dass sie immer breitere Massen der Werktätigen erzieht, schult und mitreist. Weiter, in Ländern, die fortgeschrittener sind als Russland, hat sich, und das musste so sein, ein gewisser reaktionärer Geist in den Gewerkschaften zweifellos viel stärker geltend gemacht als bei uns. Gerade wegen der zünftlerischen Beschränktheit, des beruflichen Egoismus und des Opportunismus haben sich die dortigen Mensche-Wiki in den Gewerkschaften viel mehr festgesetzt. Dort hat sich eine viel stärkere Schicht einer beruflichen, beschränkten, bornierten, selbstsüchtigen, verknöcherten, eigennützigen, spießbürgerlichen, imperialistisch gesinnten und vom Imperialismus bestochenen, vom Imperialismus demoralisierten Arbeiteraristokratie herausgebildet als bei uns. Das ist unbestreitbar. Der Kampf mit den Gompas, den Herren Johan, Henderson, Merheim, Legin und Co. in Westeuropa ist weit schwieriger als der Kampf mit unseren Mensche-Wiki, die sozial und politisch einen völlig gleichartigen Typus darstellen. Dieser Kampf muss rücksichtslos und so, wie wir es getan haben, unbedingt bis zu Ende geführt werden. Bis zur völligen Diskreditierung aller unverbesserlichen Führer des Opportunismus und Sozialchauvinismus und ihrer Vertreibung aus den Gewerkschaften. Man kann die politische Macht nicht erobern und soll nicht versuchen, die politische Macht zu ergreifen, solange dieser Kampf nicht eine gewisse Stufe erreicht hat, wobei diese gewisse Stufe in den verschiedenen Ländern und unter den verschiedenen Verhältnissen nicht die gleiche ist und sie richtig abschätzen können, nur kluge, erfahrene und sachkundige politische Führer des Proletariats jedes einzelnen Landes. Bei uns waren ein Maßstab für den Erfolg in diesem Kampf unter anderem die Wahlen zur konstituierenden Versammlung, die im November 1917 wenige Tage nach der proletarischen Umwälzung vom 25.10.1917 stattfanden. Bei diesen Wahlen wurden die Menschewiki aufs Haupt geschlagen. Sie erhielten 0,7 Millionen Stimmen, zusammen mit Transkaukasien 1,4 Millionen gegenüber 9 Millionen Stimmen, die für die Bolschewiki abgegeben wurden. Siehe meinen Artikel Die Wahlen zur konstituierenden Versammlung und die Diktatur des Proletariats. Doch den Kampf gegen die Arbeiteraristokratie führen wir im Namen der Arbeitermassen und um sie für uns zu gewinnen. Den Kampf gegen die opportunistischen und sozialchauvinistischen Führer führen wir, um die Arbeiterklasse für uns zu gewinnen. Diese höchstelementare und ganz augenfällige Wahrheit zu vergessen wäre eine Dummheit. Und gerade diese Dummheit begehen die linken deutschen Kommunisten, die aus der Tatsache, dass die Spitzen der Gewerkschaften reaktionär und konterrevolutionär sind, den Schluss ziehen, dass man aus den Gewerkschaften austreten, die Arbeit in den Gewerkschaften ablehnen und neue, ausgeklügelte Formen von Arbeiterorganisationen schaffen müsse. Das ist eine so unverzeihliche Dummheit, dass sie dem größten Dienstgleich kommt, den Kommunisten der Bourgeoisie überhaupt erweisen können. Denn unsere Menscheviki sind wie alle opportunistischen, sozialchauvinistischen und kautzgianischen Führer der Gewerkschaften nichts anderes als Agenten der Bourgeoisie in der Arbeiterbewegung. Was wir ja auch immer von den Menscheviki gesagt haben. Oder nach dem ausgezeichneten und zutiefst wahren Ausdruck der Anhänger Daniel de Lyons in Amerika, Arbeiterkommis der Kapitalistenklasse. Labour Lieutenants of the Capitalist Class. Also, nicht in den reaktionären Gewerkschaften arbeiten, heißt die ungenügend entwickelten oder rückständigen Arbeitermassen dem Einfluss der reaktionären Führer, der Agenten der Bourgeoisie, der Arbeiteraristokraten oder der verbürgerten Arbeiter überlassen. Verglichen nach einem Brief von Engels 1858 an Marx über die englischen Arbeiter. Gerade die absurde Theorie, wonach sich die Kommunisten an den reaktionären Gewerkschaften nicht beteiligen dürfen, zeigt am deutlichsten, wie leichtfertig sich diese linken Kommunisten zur Frage der Beeinflussung der Massen verhalten und wie sie mit ihrem Geschrei von den Massen Missbrauch treiben. Will man der Masse helfen und sich die Sympathien, die Zuneigung, die Unterstützung der Masse erwerben, so darf man sich nicht fürchten vor Schwierigkeiten, darf man sich nicht fürchten vor den Schikanen, den Fußangeln, den Beleidigungen und Verfolgungen seitens der Führer, die als Opportunisten und Sozialchauvinisten in den meisten Fällen direkt oder indirekt mit der Bourgeoisie und der Polizei in Verbindung stehen, und muss unbedingt dort arbeiten, wo die Massen sind. Man muss jedes Opfer bringen und die größten Hindernisse überwinden können, um systematisch, hartnäckig, beharrlich, geduldig, gerade in allen denjenigen und seien es auch die reaktionärsten Einrichtungen, Vereinen und Verbänden, Propaganda und Agitation zu treiben, in denen es proletarische oder halbproletarische Massen gibt. Die Gewerkschaften und die Arbeitergenossenschaften, diese wenigstens mitunter, sind aber gerade Organisationen, die die Massen erfassen. In England hat sich nach den Angaben der schwedischen Zeitung Volkets Dorfblatt Politiken vom 10.03.1920 die Mitgliederzahl der Trade Unions von Ende 1917 bis Ende 1918 von 5,5 auf 6,6 Millionen, d.h. um 19% erhöht. Ende 1919 schätzte man die Mitgliederzahl auf 7,5 Millionen. Ich habe die entsprechenden Zahlen über Frankreich und Deutschland nicht zur Hand, aber die Tatsachen, die von einem starken Anwachsen der Mitgliederzahl der Gewerkschaften auch in diesen Ländern zeugen, sind ganz unbestreitbar und allgemein bekannt. Diese Tatsachen beweisen sonnenklar, was auch durch tausende andere Anzeichen bestätigt wird. Gerade in den proletarischen Massen, den unteren Schichten unter den Rückständigen, nimmt das Klassenbewusstsein und das Streben nach Organisation zu. Millionen von Arbeitern in England, Frankreich, Deutschland gehen zum ersten Mal von der vollständigen Unorganisiertheit zur elementaren, untersten, einfachsten, für diejenigen, die noch durch und durch von bürgerlich-demokratischen Vorurteilen erfüllt sind, zugänglichsten Organisationsformen, nämlich zu den Gewerkschaften über, während die Revolutionären, jedoch unvernünftigen linken Kommunisten daneben stehen, Masse, Masse schreien und sich weigern, innerhalb der Gewerkschaften zu arbeiten. Sie tun das unter dem Vorwand, die Gewerkschaften seien reaktionär und klügeln eine nagelneue, blitzsaubere Arbeiterunion aus, die unbefleckt ist von bürgerlich-demokratischen Vorurteilen und frei von den Sünden zünftlerischer, engberuflicher Beschränktheit, eine Arbeiterunion, die angeblich eine Massenorganisation werden, werden soll und die als Aufnahmebedingung nur, nur die Anerkennung des Rätesystems und der Diktatur, siehe die oben angeführte Stelle, fordert. Einen schlimmeren Unverstand, einen größeren Schaden für die Revolution, als ihn die Linken Revolutionäre anrichten, kann man sich gar nicht ausdenken. Wenn wir jetzt in Russland nach zweieinhalb Jahren unvergleichlicher Siege über die Bourgeoisie Russlands und der Entente die Anerkennung der Diktatur zur Bedingung für den Eintritt in die Gewerkschaften machen wollten, so würden wir eine Dummheit begehen, unserem Einfluss auf die Massen Abbruch tun und den Menscheviki Vorschub leisten. Denn die ganze Aufgabe der Kommunisten besteht darin, dass sie es verstehen, die Rückständigen zu überzeugen, unter ihnen zu arbeiten und sich nicht durch ausgeklügelte kindische linke Losungen von ihnen abzusondern. Kein Zweifel, die Herren Gompas, Henderson, Johan und Legin sind solchen linken Revolutionären sehr dankbar, die wie die deutsche grundsätzliche Opposition der Himmel bewahre uns vor solcher Grundsätzlichkeit oder wie manche Revolutionäre unter den amerikanischen Industriearbeitern der Welt den Austritt aus den reaktionären Gewerkschaften und die Ablehnung der Arbeit in ihnen predigen. Kein Zweifel, die Herren Führer des Opportunismus werden zu allen möglichen Kniffen der bürgerlichen Diplomatie greifen, werden die Hilfe der bürgerlichen Regierungen, der Pfaffen, der Polizei, der Gerichte in Anspruch nehmen, um die Kommunisten nicht in die Gewerkschaften hineinzulassen, um sie auf jede Art und Weise aus den Gewerkschaften zu verdrängen, um ihnen die Arbeit in den Gewerkschaften möglichst zu verleiden, um sie zu beleidigen, gegen sie zu hetzen und sie zu verfolgen. Man muss all dem widerstehen können, muss zu jedweben Opfer entschlossen sein und sogar, wenn es sein muss, alle möglichen Schliche, Listen und illegalen Methoden anwenden, die Wahrheit verschweigen und verheimlichen, nur um in die Gewerkschaften hineinzukommen, in ihnen zu bleiben und in ihnen um jeden Preis kommunistische Arbeit zu leisten. Unter dem Zarismus hatten wir bis 1905 keine legale Möglichkeit. Als Abasubatov von der Okraner, dem russischen Geheimdienst, Arbeiterversammlungen und Arbeitervereine der Schwarzhunderter inszenierte, um Revolutionäre einzufangen und den Kampf gegen sie zu führen, da schickten wir in diese Versammlungen und Vereine Mitglieder unserer Partei, die mit der Masse Verbindung herstellten, es geschickt verstanden, Agitation zu treiben und die Arbeiter dem Einfluss der Subatov-Leute entrissen. Natürlich, in Westeuropa, das besonders stark durchdrungen ist von besonders stark eingewurzelten legalistischen, konstitutionellen, bürgerlich-demokratischen Vorurteilen, lässt sich so etwas schwer durchführen. Aber man kann und muss es durchführen, und zwar systematisch durchführen. Das Exekutivkomitee der Dritten Internationale muss meiner Ansicht nach sowohl allgemein die Politik der Nichtbeteiligung an den reaktionären Gewerkschaften unter ausführlicher Begründung, warum eine solche Nichtbeteiligung unvernünftig und für die Sache der Proletarischen Revolution außerordentlich schädlich ist, als auch besonders das Verhalten einiger Mitglieder der Kommunistischen Partei Hollands, die einerlei, ob direkt oder indirekt, offen oder versteckt, ganz oder teilweise, diese falsche Politik unterstützt haben, direkt verurteilen und dem nächsten Kongress der Kommunistischen Internationale vorschlagen, dasselbe zu tun. Die Dritte Internationale muss mit der Taktik der Zweiten Internationale brechen. Sie darf die heiklen Fragen nicht umgehen, nicht vertuschen, sondern muss sie mit aller Schärfe stellen. Wir haben den Unabhängigen, das heißt der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die ganze Wahrheit ins Gesicht gesagt. Wir müssen auch den linken Kommunisten die ganze Wahrheit ins Gesicht sagen.